Was sind die größten Vorteile von Google Ads oder Google AdWords? Ganz wichtig, der größte Vorteil ist definitiv, du hast sofort die Chance, potenzielle Kunden zu erreichen. Das heißt, sobald du Google Ads startest, kannst du potenzielle Kunden genau dort abholen, wo sie nach deinem Produkt suchen. Und das ist ein riesen Vorteil gegenüber allen deinen Mitbewerbern, die keine Google Ads schalten, weil du sofort für alle deine Kunden sichtbar bist. Natürlich schaffst du mit Google Ads auch die Hot Leads abzuholen. Das sind die Leute, die wirklich heute kaufen wollen, die jetzt bereit sind. Die kannst du sonst mit Werbung oft gar nicht abholen. Die kannst du nur abholen, wenn du sie wirklich bei einer Google Suche mitnimmst. Was ganz toll ist an dem Google Ads Produkt, du hast deine Kosten voll im Griff. Das heißt, du kannst wirklich sagen, ich bin bereit, Hausnummer, 1000 Euro im Monat auszugeben. Das kannst du eingeben und Google Ads wird wirklich nur diese 1000 Euro und keinen Cent mehr ausgeben. Das ist etwas, wo man wirklich flexibel ist, weil du kannst auch das Budget während dem Monat jederzeit anpassen, ganz individuell an deine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse deines Unternehmens. Wichtig ist auch, anders als bei allen anderen Werbeformen, du kannst den Erfolg wirklich messen. Also du kannst wirklich messen, wie viele Leute klicken auf meine Anzeige. Wenn du einen Online-Shop hast, kannst du wirklich messen, wie viele Leute kaufen meine Produkte, welchen Umsatz mache ich über Google Ads, welchen Return on Investment erziele ich. Und das ist etwas, das können viele, ich nenne sie mal alte Werbemethoden, nicht. Also du hast keine Chance, mit deinem Zeitungsinsserat genau herauszufinden, wie viel habe ich damit verdient, war es wirklich ein Erfolg. Eigentlich kannst du immer nur raten, was du damit erreichst. Mit Google Ads weißt du es ganz genau, sonst können wir es dir zeigen, wie man das genau misst. Natürlich kannst du mit Google Ads auch einen Branding-Effekt erzielen. Das ist zum Beispiel im Display-Netzwerk möglich. Da kannst du wirklich über große Flächen, über weite Räume oder auch nur sehr lokal deine Marke bekannter werden. Und das ist ein riesen Vorteil für dich, wenn du bekannter wirst, weil dann immer mehr Leute auch nach deiner Marke suchen, nicht nur nach deinem Produkt. Und denen kannst du viel einfacher dein Produkt verkaufen. Natürlich bist du mit Google Ads sehr, sehr flexibel. Viel flexibler als mit den herkömmlichen Werbemethoden. Ein Beispiel, stell dir vor, du schreibst eine Werbeanzeige und zwei Tage später kommst du drauf, dass du die eigentlich gern anders formuliert haben würdest. Bei einem Zeitungsinsalat, das gedruckt ist, ist es zu spät. Bei Google Ads kannst du einen Text ändern und der ist in einer Sekunde online. So einfach funktionieren Google Ads. Das sind die größten Vorteile. Wenn du weitere Fragen dazu hast, melde dich einfach bei uns. Wir sind für dich da. – Untertitelung. BR Dubai. Vielen Dank.